Ich meine, vorne das Tor rechts und vorne das Tor links gibt es, ja. Da sind wir wieder zurück. Bei Golden Exiles. Smitty und Wiley leben Gott sei Dank noch. Jo. Im übelsten Vulkan. Wie immer rechts. Im Herzen des Vulkans, ja. Rechts. Da sind aber einige. Also auch links waren gerade ziemlich viele. Hier liegt schon einer. Ja, den hatte ich gerade schon mal. Wartet. So, wo ist er gestoßen? Da steckt sich noch einer. Ja. Achso, die große Tür da geht übrigens ab und zu mal auf und ab und zu mal wieder zu. Vielleicht kommen wir doch nochmal zurück. Hier hinten geht es noch einmal so rum. Ich bin noch einmal quasi im Kreis gelaufen. Wir haben mit rechts alles richtig gemacht. Okay. Ja, hier geht es runter. Das ist schon mal gut. Meinst du? Hört er auf. Na gut. Ich, äh, ja. Hält mich an euch. Da oben ist ja die Brücke, die wir am Anfang gesehen haben. Wo wir nicht springen wollten. Wisst ihr? Und da unten war ja der Weg rein zu diesem Tempel hier. Ja, aber hier ging es. Ja, einmal rechts und einmal links. Aber gehen wir erst mal hier noch. Ja, da hinten ging es aber nur wieder rein hinten. Das war das, wo wir hätten links gehen können gerade. Der Orientierungslose, äh, ne? Bleibt hinten. Bildet die Nachhut. Oh, ne. Sag nicht. Hier geht es nicht weiter. Ähm. Doch, aber wir müssen springen. Ähm. Ja doch, da drüben rein, ne? Da drüben hoch, hm. Geht das? Ich bin drüben. Und? Geht das? Ja, beim ersten Absatz musst du müssen aufpassen, dann. Bringt ganz schön scheiße gegen den ersten Absatz hier gegen. Huh? Huh? Habt ihr gesehen? Wo ist denn schon wieder voll? Ne, das sind Steine. Äh. Will was trinken, ja. So. Der will nicht keinen Besuch empfangen hier. Ne. Also, wer soweit... Der kriegt bestimmt noch nicht so oft Besuch. Soweit abseits wohnt. Ne, doch kein Postbote hier. Mal gespannt, ey. Wenn der uns aus der Hose stößt, dann weine ich mal kurz. Oh, ich glaube... Äh. Es wird ernst. Musik war schon so dramatisch, oder? Ja. Ja, da vorne, glaube ich, ist ein Thron, sitzt er. Äh. Da warbert es etwas lila, ja. Ja, der läuft gegen seinen Thron und guckt nach hinten. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Der hat doch bestimmte Probleme. Ja, wer hier wohnt. Ja, hat ein Stück blau wieder. So. Hallo. Oh, wer macht dann was mit seinem Stab? Ja, er holt sich Hilfe. Ach, das ist ja. Und welche Geister zusammenbleiben. Oh, wir müssen erst eine Geisterbegegnung jetzt und quasi ein Schicksfeld um sich rum. Ja. Weiß nicht, muss man hier irgendwas... Das macht ja wieder was. Achtung. Ich bring hier mal einen Rauch auf hier. Komm, noch drei. Kommen wieder welche. Von jeder Seite zwei. Noch mehr. Hm, wie lange treibt er das Spiel jetzt hier mit uns? Ich hoffe nicht zu lange. Das hoffe ich auch. Das machen ja nicht viel Schaden, das ich meiner... Witz so. ...berichten können. Ja, aber... Hält sich in Grenzen. Einfach so sagen. Also, da kommen wieder welche. So. Komm, mit deiner Deckung noch hervor. Oh, jetzt hat er sich schon näher spawnt. Also, gucken wir mal ein paar. Hintenrum stehen noch zwei. Ich lauf mal hin. Oh, jetzt... Ja, der Dings ist weg. Oh, ja. Dann vorne bleiben. Oh, jetzt ist er schon tot. Dann haben wir ausgelaugt. Da ist eine ganze Energie reingesteckt. Hacking mal kaputt. Und ich nehme das mit. Ich nehme das mal mit. Und Hacking kaputt. Er hat nichts dabei hier. Den Thron würde ich gerne mitnehmen. Könnte mal meinen austauschen. So, jetzt müsste es ja hoffentlich hier irgendwie hier Tafeln geben, oder? Mal üppig Kisten. Oh, ja. Ort drinnen. Das ist ja echt nur Gammel. Habe ich Platz. Ich nehme hier ein bisschen was mit. Wohl Kohle. Kohle könnte ich... auch mal mitnehmen. Hier rechts geht ein Weg hoch. Vielleicht gibt es oben was. Oben ist nur so eine Plattform. Vielleicht kannst du da oben was lesen. Siehst du? Ja, hier sieht er jetzt auch nichts, ne? Nee. Weil wenn du hoch guckst, über dir ist ja quasi so ein Balkon, weißt du? Ja. Geht ein Weg hoch? Jetzt könnte vielleicht was raus sein. Hier geht ein Weg draußen. Ah. Ja, okay. Hoch. Okay. Ich weiß noch nicht, ob er da hinführt, wo er hinführen soll. Das ist natürlich die nächste Frage. Sieht nicht so aus. Ja, wo führt denn der hin? Nee, im Gebäude. Im Gebäude was? Ich bin jetzt auf der Brücke quasi hier, die kaputt ist. Geht's auch nicht weiter, ne? Was? Nee, der Weg zurück ist hier nur einfacher. Wir müssen hier nur über die Brücke springen und wären zu Hause. So gut wie. Zu Hause. Na ja. Der Weg zurück ist hier einfacher. Jetzt müssen wir noch die Rezepte lernen. Und finden. Finden, ja. Oder sind die einfach so schon automatisch drin in der... Hier ist ein Stein, Leute. Was ein Stein? Und wo ist hier? Ein Lemurianischer, rechts vom Thron. Nee, ein bisschen hinterm Thron. Seh dich. Du hast neue Rezepte erlernen, steht da dran. Finger weg, das ist mein Stein. Dann guckst du lieber nochmal auf der anderen Seite. Ja. Ah, okay. Oh, das ist das Kraftfeld wieder aktiviert. Nee. Doch. Hier nichts. Ja, auch nicht. Echt? Bei mir ist es wieder da. Dann laufen wir da mal lieber nicht rein. Ja, dann haben wir neue Rezepte erlernt. Wo ist es? Wir sagen, auf zur Schmiede und gucken mal, was wir so schmieden können. Ja, vor allem, was wir mal wieder brauchen wahrscheinlich dafür, ne? Obsidian bestimmt. Aber was noch, ist die Frage. Dann einmal hier lang. Ja, also, was wir mal wiederholen. ein bisschen anlauf kann ich schaden ja aber es geht wieder geknackt und geknirscht weil er mich auch direkt bei der schmiede hast ja aber unsere freunde sind wieder da und blutung verkrüppelung abgetrennt jeweils einmal ja dann hast du ja ein bisschen was mitgenommen ich bin ich bin tot wie du bist tot stimmt du bist tot du stirbst hier gerade warum das abgeglitten blutung vielleicht heute lutet meine sachen bitte und tretet nicht zwischen die gitter mann scheiße zweimal drauf gegangen an so kack kann doch nicht wahr sein welcher mystische grundsubstanz brauchen wir auf jeden fall langer griff steuer verstärkung steuer verstärkung langer griff ja warum man nicht weit kolben schwer also quasi mehrfach kurzer kurzer und langer kurzer griff hauptsächlich obwohl groß schwer ne durchgriff 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 steuer verstärkung welche menschen substanz so hab mir jetzt auf deinen thron geschwungen und lausche dem was ich nicht mehr sehen kann also für deine dolche brauchen wir einen dolchgriff stahlverstärkung und alchemistische grundsubstanz und dann hast du schön zwei schicke neue dolche hätte ich gerne wir haben leider keinen dolchgriff ja ja dann guckt mal ganz genau das was wir da brauchen falls wir da jemals noch mal wieder hingehen da habe ich so eine waffe will ich haben das ganze wird glauben dass wir nochmal herkommen so eine waffe will ich auch haben aber kurzer griff langer griff stahlverstärkung auf alle fälle alchemistische grundsubstanz mehr als genug mal ein foto oder so ich schreibs gerade auf oder so dann stehen wir wieder da und haben die hälfte nicht dabei lieber brauchen das bleibt mir anderes übrig ich habe hier keine klamotten mehr da schwingst du dich auf mein thron und wartest ich hoffe die jungs kommen alle nach hause das kann ich glaube gab es jetzt noch irgendwie eine vernünftige abkürzung ich glaube ich lasse mich auch drauf gehen wie schneller zu hause ach so wir müssen ja durch den ganzen dings zurück ja wir sollten ja alles mitbringen genug dass wir nicht so schnell wieder hoch müssen grüßes gut wenn du schon mal notiert hast ja die mengen jetzt nicht unbedingt aber wenigstens was wir brauchen müssen ja genug von der alchemistischen grundsubstanz auf jeden Fall mitbringen das ist wichtigste das ist so seine sachen ja lass mich ja vom mai der klinge bewachen ein bisschen betanzen mir geht es ganz gut hier ne seht zu dass er nach hause kommt sehr gerne am besten auch heile mit meinem zeug verdammt scheiße aber wir sind da auch über gelaufen ist es passiert vielleicht hast du Blutungsschaden gekriegt ne glaube nicht ich würde es mir nochmal angucken aber ich meine ich bin einfach zwischen diese dinger getreten mit Pech mhm äh hab ich jetzt nicht mit gerechnet muss ich mal ganz ehrlich sagen ne ah ich hab's mal ausprobiert ne also man kann da sterben Vorsicht ja dann gehen wir hier gerade durch durch das Öppel-Öppel-Ding da oder was wir gehen mal gerade durchs Portal zurück dann geht mal durchs Portal zurück äh ja verabschiede mich dann schon mal für diese Folge macht's gut bis denn tschau tschau Vielen Dank.